Das erste Mal beginnen wir damit, dass Niki pro Tor, was er schießt, eine Sache bekommt, die er haben möchte. Unge, dein Ernst? Hahaha, wie ist Niki? Alter, wie er lag. Geht weg, gibt's einen Lacken von hinten. Hey, Austin Lobo Gang Gangs, was geht auch, Freunde, willkommen zurück zu einem Video auf meinem Kanal, heute mit Niki, ihr seht schon, Freunde, da filmen wir die Leute, die ganze Zeit zu, Freunde, heute mit Niki, wir haben heute eine Fußball-Change für euch, die hab's euch alle gewünscht, Freunde, Niki, das ist echt krass in Fußball geworden, weil das so ein Fußball-Verrückter, müsst ihr wissen, ich hab seit drei Jahren kein Fußball mehr gespielt, damals hab ich auch ein bisschen höher gespielt, leider sind die Zeiten vorbei, Freunde, ich bin fett geworden, und wenn ihr euch fragt, wo sind Freunde, wir sind hier im Laola-Center in Paderborn, falls ihr auch noch Bock habt, Fußball zu spielen, indoor, kommt einfach vorbei mit uns, Wenn ihr euch freuen, eine ziemlich cool Location, danke an euch nochmal, heute geht's eine Challenge auf jeden Fall gegen Niklas, und ja, wir haben mehrere Dinge vorbereitet, erst einmal beginnen wir damit, dass Niki pro Tor, was er schießt, eine Sache bekommt, die er haben möchte, sprich, er wird drei Elfmeter haben, er wird zwei Freistöße haben, und er wird zwei Schüsse von der Mittellinie haben, Das war die ganze Zeit Dislike, komm vor die Kamera, da versteckt er sich, so sind noch die Hate an Real-Life-Freunde, auf jeden Fall, wenn wir es jetzt so machen, dass Niki drei Elfmeter hat, zwei hiervon, zwei von da, wenn er von der Mittellinie schießt, Freunde, muss sich so ein Bubble-Ding anziehen, Digga, die sind voll geil, die Dinger, sowas muss ich dann anziehen, damit es halt auch fairer ist, weil Niki sonst halt, ja, nix treffen wird, und danach machen wir noch ganz normale Fußball-Challenges, sprich, Mit den Bubbles, eins gegen eins, fix ist es auch am Start, es geht ab, bro, folgt uns auf Instagram, ich heiße dort SadiePross, ich heiße auf Instagram, N4-Niki, Deswegen folgt uns auf jeden Fall, Freunde, ich würde sagen, welchen Creator-Code? Freunde, gebt auf jeden Fall alles in der Lover ein, und join der Family auf jeden Fall, ich würde sagen, laden wir gar nicht viel rum, Fußball-Challenge gegen Niki, Ihr habt euch alle gewünscht, und ich würde sagen, Freunde, los geht's! Freunde, Manuel Neuer, sein Urgroßvater, geht jetzt ins Tor, Freunde, Niki hat hier vorne jetzt zwei Schüsse, sagen wir, Und dann von da hinten, also von hier dann nochmal zwei, und von der ganzen Seite drei, Freunde, Ich bin gespannt, weil das geht wirklich, pro Tor kriegt er eine Sache, die er haben möchte, Ich mach jedes einzige Tor rein! Hoffentlich, also hoffentlich nicht, Digga, aber freundlich würde ich sagen, jetzt geht's los, und ich gehe jetzt erst ans Tor, Ich bleib hier am Tor! Digga, das war so klar, ich dachte, das wäre zu schwer von hier! Niki, auf jeden Fall jetzt den ersten reingemacht, Leute, und droppt auf jeden Fall nochmal, wie viele Likes sollen hier gedroppt werden? 20.000! 20.000, oh, schwierig, Freunde, aber 20.000 Likes für das Video, wenn ihr noch mehr Fußball-Challenges haben wollt, auch mal mit Nora oder so, Jetzt geht's doch! Und du hast gar keine Chance! Also Leute, die ersten zwei hat er getroffen, glücklicherweise! Nee, ich dachte, der geht Posten oder so! Posten, du bist doch so ein Posten, leider! Nein, du kommst nicht aus dem Lapsal! Bei Cedric, welche Bälle reinzumachen, ist so easy! Und jetzt wird Niki nicht mehr treffen, Leute, ich kann's euch versprechen, doppelt jetzt mal ein Like, wenn ihr glaubt, dass Niki den nicht mehr treffen wird! Nein, Leute, Niki schießt jetzt wieder, und ich bin gespannt, zwei Sachen bekommt er schon mal! Leute, ich darf hier zwei Sachen aussuchen, weil ich hab hier zwei Tore geschossen und ich hab hier die 50er PSN schon mal geholt bei Media Markt! Nice, was willst du noch? Leute, ich nehm jetzt den Kalender mit! Der ist cool, ne? Ja, Junge, da ist einfach ne Mütze dran! Wie sieht das aus? Nice, hast du den jetzt auch noch? Und dann hörst du drauf zu Weihnachten, ne? Ja, na klar, ich hab Geburtstag bald! Dann kriegst du was Cooleres noch, ne? Klatsch rein! Let's go! Und nicht wundern, das Stativ ist leider ein bisschen schief, weiß auch nicht warum, deswegen, weiter geht's! Komm, Niki! Er hat gehypen! Ey, Tüttrich! Ist der? Wow! Nein! Was? Das bedeutet, jetzt schießt ihr von der Mittellinie, nur jetzt, Leute, muss ich so ne Bubble tragen, die so random rumliegen, wir wollen die auch nicht haben, aber, die kann man auch lustig benutzen, Freunde! Ich werde jetzt wie so ein Fettsäck hier reingehen! Ey, ich weiß immer noch, warum das ist! Leute, Platzangst ruft an! Auf jeden Fall! Irgendwie die Aussicht! So, ich werde jetzt hier drin bleiben und Niki wird von hinten schießen, mal schauen, ob man rein kriegt, ich tippe immer wieder nicht! Ja! Was war das gut? Ja! Ja! Ja, war gut, ne? Ja! 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 Ja, war gut, ne? Ja! Ja, war gut, ne? Ja! Ja, ich hab ein reflex, weil er kommt! Ja! Leute, der nächste! Ja! Ich bin's gewohnt! Ja! 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 knapp das war deine fresse ein schuss hat er noch was machst du er kommt nicht gegen die ein junger hat alter das hat er sieht richtig aus Geil, ich zeh sie, will ich sagen. Erst gehalten. Ich freue dich. Wir wollen mal gegeneinander laufen. Niki hat zwei getroffen. Niki hat drei getroffen. Niki hat drei getroffen. Niki hat drei getroffen. Niki hat drei getroffen. Niki, man schwitzt hier so sehr drin. Niki hat zwei Sachen getroffen. Die restlichen habe ich Ehrenwürdig gehalten. Dafür auf jeden Fall ein Like droppen. Zerstören Niki nochmal. Niki. Jetzt machen wir nochmal ein paar andere Challenges. Aber Niki kriegt zwei Dinge. Jetzt kommen wir zur normalen Fussballstelle. Niki, du kannst jetzt noch beweisen, dass du besser bist. In den normalen Challenges. Glaubst du es wird was? Niki, du bist ein Lappen. Ich schieße dich. Na klar. Er ist so ein süßer Freund auf jeden Fall. Zwei Sachen kriegt er auf jeden Fall. Und ja, los ist es. Mein Junge, dieser Big Ball alter. Ich schieße mal in der Mitte, na klar. Ja, aber Niki kann sonst gut schießen. Aber von so weit ist es halt schwerer, ne? Und bei den schießen wir an die Mitte. Von da schießen wir an die Ecke. Okay Freunde, ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit den anderen Challenges. Und zwei Dinge kann ich mit leben. Und bis gleich. So Freunde, wir machen jetzt weiter. Nini, ich werde Niki und ich jetzt ein 1 vs. 1 drehen. Am Ende nochmal. Und ja, Felix ist im Tor. Bis wie viel machen wir Niki? Bis drei Freunde. Ich würde sagen, bis drei. Und der Bessere gewinnt. Nein! Nein! Felix! Ja! Felix! Ja! 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 Eins, toll! Nein! 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 Bald. Nein! Nein! Nei, nei. Und indem ich vielleicht… Nein! Nein! Gar nicht mehr! Nein! Er hat ihn gefallen hat! Er hat ihn gefallen hat! Setti kann schon nicht mehr. Alter Kondition! Nein! 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 Stig sagt. Nein! Nein! Nein, Niki hat recht, die Schusskraft zählt. Niki hat den Sieg an Niki. Niki hat gewonnen. Sehr gut gespielt, Niki. Die Schusskraft zählt, Freunde. Niki gewinnt das 1-2-1. Und ich muss erst mal was trinken, Bro. Ich bin aus der Buste. Bis gleich. Ey, Leute, das war so ein hartes Spiel. Ich kann gar nicht mehr. Meine Füße sind eingeschlafen. Aber das ist für mich geschossen, Freunde. Er hat auch gewonnen. Am Ende zählt es schon mit Schusskraft. Da hatte ich nicht recht. Ich bin echt fertig, Leute. Kondition ist echt nicht gut. Aber, Leute, wir müssen trotzdem weitermachen. Jetzt haben wir noch eine Challenge für Felix. So, Freunde. Das war's jetzt mit meiner Challenge. Wer sich gefallen hat, Leute. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Und vergesst nicht 20.000 Likes, Freunde. Noch 20.000 Likes auf Zettelacken. Freude, ich bin übel am schwitzen. Niki hat nochmal sehr gut gespielt am Ende, Freunde. Und macht jetzt 200k auf meinen Kanal. Und macht 100k auf meinen Kanal. Genauso, Freunde. Weil, Leute. Wir werden jetzt gleich noch 2 Sachen besorgen, die er dann jetzt gerade gewonnen hat. Für Felix nehmen wir auch noch eine Challenge, Freunde. Deswegen checkt nochmal alle Felix. Sein Video danach ab. Ist alles unten verlinkt. Und ja. Wir sind die Besten. Stay fresh on. Peace.